Yes! So, ich bin ready. Dann einmal alle links aufstellen von der Tür. So, verstanden. Scientist, warst du damals, also warst du vorhin bei dem Training im Killer-Haus dabei? Nein. Okay, alles klar. Nur, dass ich das mal für meinen Hinterkopf habe. Okay, ich öffne die Tür. Ich schneide auf. Rechts Corner fährt, also rechts ist Wand. Hallway 12 Uhr, links auch Wand. Ich geh rein. Eine Double Door, Fenster, 11 Uhr. Polizei, Hand auf! Links Fenster, ein Exit, also auch eine geschlossene Tür. Links kleiner Schuppen, einmal Double Stack, also links und rechts aufteilen in zwei Team. Rechts halten, ich brauche noch einen rechts von der Tür. Ich mache hier den kleinen Raum auf. Habe ich jemanden zum Reingehen? Hier. Hier. Schön. Kontakt durchs Fenster eliminiert. Ja, wir sammeln uns am Gebäude. Gehen wir Richtung Süden raus. Auf die Double Door. Ich halte die Tür nach oben. Dann einmal die Double Door arbeiten. Dann einmal die Double Door arbeiten. Jetzt einmal nachziehen. Geradeaus ist eine Tür offen, rechts ist eine geschlossene Tür. Rechte Türseite geht auf, Achtung. Tür geht auf. Geht links weiter. Rechts Tür klären. Links hast ein. Wie ist die Lage rechts? So was gejammt. Die rechte Tür oder die Entry Tür? Beide. Okay, Jack dann einmal links sammeln. Wir würden hochschmeißen. Jungs, die haben mich gerade draußen stehen lassen. Wir würden hochschmeißen. Halten. Dann wird er nachziehen. Die Door ist ja gejammt jetzt. Okay, wir gehen rein. Rechts ist klar. Schlossene und Anschlussraum. Dann einmal rechts zur Tür anschließen. Sind zwei dran. Einmal aufschneiden. Der Rest zieht dann 12 Uhr nach. Und hält die Tür 12 Uhr. Rechte Seite. Die andere Tür nicht vergessen. Die andere Tür nicht vergessen. Da eine rechte Tür schließen. Stark. Macht der gut, macht der gut. Die gehen 12 Uhr weiter. Ich peak für dich. Am 18.06. ist mein Buch erschienen. Inside SEK ist inzwischen tatsächlich schon Spiegel Bestseller. Danke daher an euch. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, checkt unten den Link in der Videobeschreibung auf. Da ist das ganze verlinkt. Am 15.07. kommt das ganze auch als Hörbuch raus. Das heißt, ihr könnt euch dann auch als Hörbuch reinziehen. Danke für den Support. Wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt auschecken. Viel Spaß. Geht unten. Geht unten und schau deine Hände auf. Tür ist gejammt. Tür ist gejammt. Verstanden. Tür geht auf. Letzter mal nachziehen. rechts. Tür offen. Dann einmal Doppelfall. Zwei links, zwei rechts aufteilen. Achtung Stimmen. rechts bei der Wand drüber. Ich habe rechts die Tür. Könnt ihr den Rest checken? Oben auf der Treppe. Person nicht aufkläber aufbewaffnet. Tür hinten. Zu. Stop. So was ist Kerninfo. Person bewaffnet auf der Treppe. Ich habe gesagt, Person nicht aufkläber, unbewaffnet oder bewaffnet. So verstanden. Bewaffnung unklar. Ist auch einfacher zu verstehen. Kontakt durch ein Loch in der Wand. Kontakt durch ein Loch in der Wand. Kontakt durch ein Loch in der Wand. Kontakt. Bekämpft in den Armen. Kommt ihr da ran eventuell? Ich kann von hier die Situation nur halten. Okay. Dann den Rest nachziehen. Unbewaffneter Papa mit bewaffnetem, bekämpftem Tango Schuss in den Arm. Verstanden. Der Rest zieht wieder nach und sichert mit links von der Tür oder links aufstellen. Eigentlich sagt man auch nicht Schutz, sondern eigentlich sagt man Wirkungstreffer im Arm. Achtung, Tür geht auf. Wir könnten auch einen parallelen Zugriff machen. Ne, machen wir nicht. Einmal links auf der Tür sammeln. Alles klar, in Position. Tür geht auf. Ich... Ich... Kurs. Alter. Guck mal auf eurem Kopf. Scheiße! Guck mal auf! Bekämpft! Kontakt, 12 Uhr auf Treppe. Jetzt schauen wir mal, wie gut die das abarbeiten. Punkt von der Treppe. Bekämpft. Bekämpft. Negativ, jetzt. Tango bekämpft. Okay, kriege ich ne Schild? Gebe da. Don't get up I hope we did the right thing good, I can't go like this police, down on the ground hands up now police, get out of the front of you I... hold him up to bring him Coni, can you do the rest of the team? Get out of the ground, move! Then I give him on, he is not final and it can be said that he will take the weapon and he will shoot the weapon Okay, check Talk to entry team Copy, the ATVs and trailers are standing behind Blue, 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 blue I lose Hands on your head, move now Okay, then Coni will be done Very good Stark, Jungs Get down, I want to see the ants full lead Blue, 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 blue Vorsicht, hinter dir die Tür, Blue, blue Blue, blue Okay Alles klar, nachbelang to the street bin gespannt ob er jetzt auf die idee kommt außenrum zu gehen weil das hier ist horrorszenario gut dann wir weichen aus richtung westen wir gehen außen ums gebäude rum und die treppe zu halten oder wir gehen ja wir ziehen in zwei teams ab das rechte team zieht als erstes abgibt uns sicherung gelaufen danach verstanden verstanden ausführen ihr sagt wenn ihr steht dann kommen wir noch eins steht spiegel 3 steht öffnen der flur rechtseitig in den treppenbereich 12 uhr geschlossen rechtseitig treppenaufgang ins dachgeschoss linksseitig offene tür gruppe ist komplett vierter mann bitte richtung nordost absichern doch alles klar in der position ich würde aufmachen ansprechen wie ist der plan wir gehen rein wie sorry ich bin die ganze zeit am laufen gewesen dann bitte nochmal wiederholen was war er öffnen der flur 12 uhr tür geschlossen rechts treppenaufgang ins dachgeschoss linksseitig tür geöffnet rechtseitiger bereich treppen abgang ok 1 und 2 gehen auf die rechte seite decken den flur ab 3 4 und 5 wir gehen links rein und clear in den ersten raum meinst du mit rechter seite die treppe ins dachgeschoss ein nein den den hall würde ich würde ich so niemals machen aber machen wir jetzt so verstanden korrigiere fünf hält dann zwölf uhr noch so verstanden eins ready drei türen drei offene zwei offene bereiche links anschließend links anschließend zwölf uhr steht hat das geld gefunden wie sieht es im linken raum aus gut dann rechte seite wir brauchen ein bisschen platz wir gehen links weiter wir gehen auch im double file also links rechts aufteilen ich halte rechts oben die treppe ihr geht links rein verstanden machen wir so wer ist denn jetzt wo und mir die gerade einer meiner position weggenommen 22 leute stehen nach rechts sicher nach rechts weiterhin ab und drei leute sind auf der linken seite die letzten beiden sichern links den raum oder machen den raum ich halte rechts treppe 12 uhr ist noch eine tür ich gehe links in den raum rein ok 12 uhr ist noch eine tür geschlossen ich stelle mir das dachgeschoss dachgeschoss gejammt dann würde ich sagen immer im ersten stock weiter wir sammeln uns auf der rechten seite an die nächste tür an die offene tür ich halte treppe nach unten drei mehr weiter klären blu 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 auf dem flur blu 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 alles klar kann es rauskommen kuni ich habe hier liegt die seiner stockwerk hier stockwerk scheint sicher ist es nur die frage ob einer runtergelaufen ist oder auf dachboden noch ein richtung einmal btc2 oben anbringen und dann wird da unten sammeln sofort direkt vor der tür tango großer dachboden alles vollgestellt und weil der tango da liegt sehe ich auch nichts bringen wie ist das vorgehen danach wir sprengen die tür schmeißen eine bang und gehen im doppelfall und hucken dann oben an der tür links und rechts auf nehme die bang ok 1 ready lastman take it noch mal flash ready flash ready gut dann sprengung und ausführen und spreng mecker moving moving links rechts vorsichtig links ein volk 3 nicht durch meine feuerlinie laufen ok die linke seite ich brauche eine person der rest geht rechts rum rechts verstanden ok dann bin ich doch links mit dir alles klar ich weiß nicht wir können arbeiten wird ist ready wecker wecker schmeiße ich einmal komplett durch nicht achten eventuell blablabla 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 talk evidence bagged copy that put him on safe and let him hang great job ssh naja schön Ey, Leute Oh nee, Digga